Das ist heute der 14. März 2003. Michael Kück schaut zurück auf diesen Tag vor 20 Jahren, an dem hat Bundeskanzler Gerhard Schröder die sogenannte Agenda 2010 vorgestellt. Deutschland ist der kranke Mann des Euro, titelt die britische Zeitung The Economist 1999. Tatsächlich wächst die Wirtschaft etwa in Frankreich deutlich schneller. Die Arbeitslosigkeit ist mit über 4,3 Mio. anhaltend hoch. Es braucht daher mutige Reformen, sagt die rot-grüne Bundesregierung, allen voran Bundeskanzler Gerhard Schröder. Während er seine Pläne dem Bundestag erläutert, fällt erstmals der Begriff Agenda 2010. Der Umbau des Sozialstaates, seine Erneuerung, ist heute unabweisbar geworden. Und zwar nicht, meine Damen und Herren, um ihm den Todesstoß zu geben, sondern ausschließlich darum, um die Substanz des Sozialstaates erhalten zu können. Es sind die größten Einschnitte ins soziale Netz der Bundesrepublik, seit deren bestehen. Unter anderem soll es etwa das Arbeitslosengeld künftig, außer für Ältere, nur noch höchstens ein Jahr lang geben, unabhängig davon, wie viel und wie lange vorher in die Versicherung eingezahlt wurde. Das dann folgende Arbeitslosengeld II, später besser bekannt als Hartz IV, wird auf das Niveau der früheren Sozialhilfe gedrückt. Die Arbeitslosenhilfe wird abgeschafft. All das, argumentiert Schröder in mehr als 90 Minuten, soll die Motivation für Arbeitslose erhöhen, einen Job anzunehmen. Wir werden, meine sehr verehrten Damen und Herren, Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fordern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Alle Kräfte der Gesellschaft werden ihren Beitrag leisten müssen, Unternehmer und Arbeitnehmer, freiberuflich Tätige und auch Rentner. Ziel ist ein flexiblerer Arbeitsmarkt, etwa durch einfachere Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen, Stichwort Ich AG. Außerdem mehr Leiharbeit, mehr Teilzeit und ein gelockerter Kündigungsschutz. Schröder spricht von Fördern und Fordern. Niemandem aber wird künftig gestattet sein, sich zu Lasten der Gemeinschaft zurückzulehnen. Wer zumutbare Arbeit ablehnt und wir werden die Zumutbarkeitskriterien verändern, der, meine Damen und Herren, wird mit Sanktionen rechnen müssen. Auch wenn sie später anders urteilt. CDU-Oppositionsführerin Angela Merkel zeigt sich in ihrer Antwort auf Schröders Rede wenig überzeugt. Der große Wurf für die Bundesrepublik Deutschland ist das mit Sicherheit nicht. Von SPD und Grünen gibt es dagegen stehende Ovationen. Von einigen Abgeordneten aber sicher mit Bauchschmerzen. Zwar gibt es auch Anerkennung und Lob für die entschlossenen Reformen, etwa aus der Wirtschaft und von Unternehmensverbänden. Doch öffentlich diskutiert wird anschließend vielmehr die Angst vor dem sozialen Abstieg und die Wut über die Zumutungen. Die bekommen später weniger die Grünen ab, dafür umso mehr die Sozialdemokraten, die in eine lange Krise stürzen. Sie verlieren in der Folge eine Wahl nach der anderen. Am Ende gibt es sogar vorgezogene Bundestagswahlen, die Schröders Kanzlerschaft beenden. Vor allem im Osten wird regelmäßig gegen die Agenda 2010 demonstriert. In Berlin mit 100.000 Teilnehmern. Und das ist keine Arbeiterpartei, die SPD. Diese hier nicht. Das sind echte Verbrecher. Auf jeden Fall haben sie die Arbeiter verraten, die Arbeiter in Deutschland. Tatsächlich weniger Arbeitslose, dafür aber auch deutlich mehr unsichere und schlecht bezahlte Arbeitsverhältnisse Arbeitsverhältnisse sind später folgende Agenda 2010, deren Eckpunkte Bundeskanzler Gerhard Schröder in einer Regierungserklärung dem Bundestag erläutert hat. Das war am 14. März 2003, heute vor 20 Jahren.